OLYMPIA So heißt die, ich musste gerade nachgucken nochmal Und zwar, sie ist gestorben Sie hat sich selber umgebracht Und hat einen Abschiedsperif hinterlassen Was da drin steht Weiß natürlich keiner Das ist privat Allerdings mehr Infos gibt es im Fernsehen Und auch im Internet Ich kann leider nichts dazu sagen Ich wollte euch nur sagen, dass es passiert ist Und es ist wirklich, ich gebe mein Beileid aus Sie war wirklich sehr gut Eine gute Sportlerin Ja, leider ist sie von uns gegangen Sie wollte es selber so Na gut Der eine tot Der andere Lebt natürlich Lebt noch Und ja Hat eine neue Liebe gefunden Helmut Schmidt Hat gestern Abend Ein Interview gegeben Und dort gesagt Er hat gesagt, dass Ähm Naja Also wir wissen ja schon länger, dass er eine neue Liebe Die Ruth heißt sie Hat, aber Ähm Ja Liebe Eine neue Liebe Allerdings ich kann irgendwie heute nicht wirklich gut reden Weil ich bin wirklich schockiert über Silvia Seidels Tod Ja, ich würde wirklich gerne wissen, warum sie das gemacht hat Keiner kann das sagen Alle vermuten es nur Und vielleicht trifft irgendeine Vermutung zu Durch irgendwelche Hinweise, die man findet Ich hoffe sehr, dass dieser Fall irgendwie aufgelöst werden kann Ansonsten wünsche ich Helmut Schmidt alles Gute für seine neue Liebe Ich, ähm Bemitleide oder spreche mein Mitleid an die Angehörigen aus Und alle Fans da draußen von Silvia Seidel Mein Beileid wirklich Und ja Meine nächste Ausgabe ist die letzte Ausgabe Das hier ist die Kai für Stars Ausgabe 9 Die 10. Ausgabe folgt in wenigen Tagen Und danach ist Kai für Stars erstmal beendet Ich habe sehr viel über den Tod berichtet Wie ihr vielleicht bemerkt habt Allerdings Es passiert so viel Schlimmes Man muss es einfach sagen Es ist wirklich schlimm Na gut Ich versuche in der 10. Ausgabe nicht mehr über den Tod zu sprechen Auch wenn es vielleicht nicht umgänglich ist Ich werde es dann vielleicht nur nebensächlich Ähm Sagen Mein größtes Beileid an Silvia Seidel 10. Ausgabe Das große Finale von Kai für Stars Folgt in wenigen Tagen Herzlichen Glückwunsch an Helmut Schmidt Und das war es auch schon für heute von uns Von mir Heute kein spektakuläres Zeug Einfach nur mein Beileid noch einmal Und dann schaut mir in alten Videos Und bis bald, euer Kai fue вас셨 Ich werde es nur eine Beebe Chirke SW sería